Bewegung macht ein Video überhaupt erst zu einem solchen und oft wird neben den bewegten Bildern zusätzlich noch ein weiterer Aspekt der Bewegung hinzugefügt, in dem die Kamera bewegt wird. Um das neben klassischen Schwenks und Fokusfahrten noch weiter zu treiben, habe ich mich auf die Suche nach einem günstigen und kompakten Slider begeben, der für seinen Preis das bietet, was mir wichtig ist. Flexibilität und Laufruhe. Ob das auf den, den ich gefunden habe, zutrifft, das seht ihr heute. Geliefert wird der Slider in einer doch recht gut verarbeiteten Tasche mit einem Tragegriff, falls man den Slider mal nicht auf einem Stativ nutzt und ihn so transportieren möchte. Packt man ihn aus der Tasche aus, erwartet einen der Slider selbst, in diesem Fall in der 40cm Variante. Ich hatte vor dieser 40cm Variante bereits denselben Slider in der 60cm Variante, die aber zerkratzt ankam. Leider wurde auch dieser Slider nicht unbedingt einwandfrei verarbeitet, da hier und da einige Kratzer vorhanden waren. Dafür ist der Slider aber auch sehr stabil, die Schiene selber ist aus Carbonfaser und das Gestell links und rechts aus Metall und trotz dieser Materialien ist er doch recht leicht. Leicht ist es auch, seine Kamera und jegliches Zubehör an den Slider anzuschließen. Links und rechts befinden sich jeweils ein 1,25 Zoll und 3,8 Zoll Anschluss, um den Slider vertikal auf einem Stativ anzubringen und dann zum Beispiel mit einem Kugelkopf auch vertikale Fahrten zu machen. Weiterhin sind auf der eben angesprochenen linken und rechten Seite jeweils zwei Gummifüße, die aber nicht wirklich gut verarbeitet sind, aber in kontrastierendem Rot cool aussehen und ihren Job als Bodenstandfestigkeit machen und man kann sie vielleicht unebene Untergründe auf verschiedenen einstellen und abschrauben. Kommen wir jetzt aber zur Mitte des Sliders, da wo man ihn wahrscheinlich am meisten anschrauben wird. Man kann das wie am Rand auch über einen 1,25 Zoll und 3,8 Zoll Eingang machen und darüber sitzt dann der Star der Show, sozusagen der Wagen. Auf diesen kann man die Kamera standardmäßig über einen 1,25 Zoll Anschluss befestigen, aber es wird noch ein Adapter auf 3,8 Zoll mitgeliefert, um einen Fluid Head anzuschließen, mit dem man dann sogar Kreisfahrten machen kann. Dann gibt es dort noch eine Wasserwaage und zwei weitere 1,25 Zoll und 3,8 Zoll Eingänge. Die Rollen selber sind aus Plastik und die Feststellschraube könnte sich besser drehen lassen, aber die wichtigste Frage ist doch, wie ruhig und flüssig der Slider denn eigentlich läuft? Die Antwort ist, trotz einer nicht vorhandenen Dämpfung wirklich flüssig. Man muss erstmal etwas üben, bis man wirklich flüssige und gleichmäßige Fahrten hinbekommt, da man eben keinen Widerstand hat, aber dann lassen sich die Ergebnisse wirklich sehen. Damit ihr diese auch sehen könnt, gibt es hier einige Testaufnahmen. Viel Spaß! Letztendlich bekommen wir die Und dann bekommt ihr hier für 50€ ein kompaktes, leichtes und stabiles Gesamtpaket, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ein Buße muss man teilweise bei der Verarbeitung machen, aber wen das nicht stört, der bekommt hier mit etwas Übung viel hin. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss!